Willkommen auf dem Kanal D-Device. In diesem Video werde ich über den AOC27G2UBK Monitor sprechen. Wenn Sie auf der Suche nach günstigen Preisen für dieses Produkt sind, benutzen Sie bitte die Links in der Beschreibung unter dem Video. Ich hoffe, dass Ihnen dieses Video gefällt, teilen Sie Ihre Meinung gerne im Kommentarbereich. Ich empfehle Ihnen auch, unseren Kanal zu abonnieren, um über neue Produkte in der Welt der Gadgets und Elektronik auf dem Laufenden zu bleiben. Los geht's! Die Bildschirmdiagonale beträgt 27 Zoll mit einem Seitenverhältnis von 16 zu 9. Bildschirmauflösung 1920 x 1080 Pixel. Dieses Modell verwendet eine IPS-Technologie-Matrix mit einer maximalen Fahrttiefe von 8 Bit, 6 Bit plus FRC und WLED-Hintergrundbeleuchtung. Die Bildwiederholfrequenz des Monitors beträgt 48 bis 144 Hertz und die minimale Reaktionszeit der Matrix beträgt eine Millisekunde. 144 Hertz Bildwiederholrate. Gönnen Sie sich die doppelte Bildfrequenz anderer Monitore und sagen Sie Tschüss zu Bildrucklern und unscharfen Bewegungen. Mit einer Wiederholfrequenz von 144 Hertz wird jedes Bild scharf mit nahtlosen Übergängen gerendert, sodass Sie Ihre Schüsse exakt platzieren und Hochgeschwindigkeitsrennen im vollen Umfang genießen können. FreeSync Premium und G-Sync kompatibel. Erleben Sie extrem flüssiges und störungsfreies Gaming und zwar unabhängig von der vorhandenen GPU. FreeSync Premium gewährleistet eine hohe Bildwiederholrate von mindestens 120 Hertz sowie eine niedrige Frame-Rate-Kompensation für AMD-Grafikkarten. Aber auch Nutzer von NVIDIA-Produkten können von diesen Vorteilen und reibungslosen Spielen profitieren. IPS-Panel. Das IPS-Panel sorgt für ein hervorragendes Seherlebnis mit naturgetreuen und dennoch brillanten und präzisen Farben. Die Farben wirken unabhängig vom Blickwinkel stets einheitlich. Low-Input-Lag. Optimieren Sie Ihre Reflexe durch den Wechsel zu AOCs-Modus Low-Input-Lag zur Verringerung der Eingangsverzögerung. Vergessen Sie ausgefranste Grafiken. Dieser Modus modifiziert den Monitor mit einer Reaktionszeit, die Ihnen in schwierigen Situationen von großen Vorteil sein kann. AOC Game Color und Shadow Control. Mit AOC Shadow Control und AOC Game Color holen Sie die Kämpfe aus den Schattenbereichen heraus. Passen Sie Graustufen an, um mehr Bilddetails zu sehen und hellen Sie dunkle Bereiche auf oder verdunkeln Sie sie wieder, ohne den Rest des Displays zu beeinflussen. Der Monitor mit Standfuß hat folgende Abmessungen. 61,21 cm breit, 39,59 cm hoch und 22,74 cm tief. Das Gewicht des Monitors beträgt 5,1 kg. Höhe und Neigung des Monitors können eingestellt werden. Eine FESA 100x100 Montage ist möglich. Der Monitor verfügt über zwei Lautsprecher mit einer Gesamtleistung von 4 Watt. Die folgenden Anschlüsse sind vorhanden. 4x USB 3.0, 2x HDMI 1.4, 1x Displayport 1.2, 1x 3,5 mm Microphone in und 1x 3,5 mm Audio out. Schmaler Rand für minimale Ablenkung für die ultimative Kampfstation. Erweitern Sie Ihren Sichtbereich durch eine Konfiguration mit mehreren Monitoren. Der schmale Rand und das rahmenlose Design sorgen für eine minimale Ablenkung und somit für die ultimative Kampfstation. Höhenverstellbarer Ständer. Ihr Wohlbefinden ist uns wichtig. Deshalb bietet dieser Monitor Möglichkeiten zur Höheneinstellung, die Ihnen helfen, beim Arbeiten, Spielen oder Ansehen von Videos die perfekte Position zu finden. Das Anpassen Ihres AOC-Monitors an Ihre Bedürfnisse hilft Ihnen nicht nur dabei, Müdigkeit zu reduzieren und Ihren Körper gesund zu halten. Es hilft Ihnen und Ihrem Team letztlich auch dabei, bei der Arbeit bessere Ergebnisse zu erzielen. Ich habe mir die Bewertungen von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Die Knöpfe sind mangelhaft und umständlich und der Lautsprecher hat grauenhafte Soundqualität. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Sehr hochwertig, einfach zu montieren, der Monitor sieht super aus, höhenverstellbar und neigbar ohne Kraftaufwand, die Anschlüsse sind ausreichend, schön war das beiliegende DP-Kabel und der Bildschirm ist sehr gut. Damit ist unser Test des AOC27G2UBK-Monitors nun abgeschlossen. Gefällt Ihnen dieses Modell und möchten Sie den aktuellen Preis wissen? Dann schauen Sie sich gerne die Beschreibung unter dem Video an. Dort finden Sie alle Links, die Sie brauchen. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie sie in die Kommentare, ich werde Sie gerne beantworten. Ich freue mich, wenn Sie dem Video ein Like geben und uns abonnieren. Ich bin schon dabei, das nächste Video zu erstellen. Um es nicht zu verpassen, klicken Sie gerne auf die Glocke. Bis dann!